Freunde, es wird jetzt, es wird krank, es wird offiziell richtig krank. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber okay, wir gehen gleich rein in das Video, ja. Ich bin eh schon, wie ihr gerade seht, auf Instagram, auf Mois, seinem Account. Digga, was ist das für ein Kackteppich, Mann? What the hell, Bro? Also, wir sind gerade auf dem offiziellen YouTube-Account, Instagram-Account, Digga, jetzt halt's mal, von Mois. Und wir gehen mal in seine Story rein. Und ich sage euch ehrlich, ich bin sprachlos. Ich schließe mal alle anderen Sachen und guckt mal. Ich bin sprachlos. Ein Foto von Mois, wir sehen da nochmal Mois, das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Aber okay, gucken wir mal ganz kurz da rein. Was hat er geschrieben? Heute gut gegessen, nachdem man nett telefoniert hat mit KemalBenli81Abi. Wir gehen gleich auf diesen Account drauf, okay, wir gehen gleich da drauf. Dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Mit Jiggy, das ist Jigzo, alles geklärt. Grüße zurück, Kher, Inschallah. Jigzo, das ist nicht mit dir, Mois, geklärt, sondern mit deinem besten Humi, Samarita. Der hat nämlich einen extra angerufen und mit Jigzo Kher gemacht. Ja, ihr beide habt irgendwie gar keinen Frieden untereinander, leider Gottes. Ja, ich wünsche natürlich jedem Menschen Frieden. Ab jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche, statt Gerüchten, Inschallah, die Zähne aufräumen. Ich wünsche jedem einen erfolgreichen, segensreichen Abend im Monat Ramadan. Assalamu alaikum. Eines kann ich somit eindeutig lesen von der ganzen Thematik. Es kommt kein Statement von ihm. Es kommt kein Statement. Er wird sich offiziell, steht auch hier, ab jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche, statt Gerüchten. Also mit anderen Worten, er wird jetzt nicht darauf eingehen, was für Gerüchte im Internet sind, was alles über ihn gesagt wird. Er geht nicht mal darauf ein. Er konzentriert sich jetzt nur aufs Wesentliche, auf Ramadan, auf Frieden etc. Das heißt, im Allgemeinen, es kommt kein Statement von ihm. Es kommt kein Video von ihm. Wahrscheinlich nach Ramadan, kann er auch sein. Aber jetzt, wenn einige Leute warten, dass irgendetwas von ihm kommt, ich glaube nicht. Mit dem, was ich hier gelesen habe, Freunde, kommt nichts. Aber okay. Das ist mal das, was er geschrieben hat oder geschickt hat. Und das ist das Foto. Alles gut, die essen hier und haben Wasser und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich sitzen, werden sich wahrscheinlich einige noch hinsetzen. Ist aber nicht das Wesentliche. Jetzt gehe ich mit euch auf dieses Profil. Perfekt. Seht ihr das, was ich sehe? Ich wusste, ich kenne Kemal Bin nicht, aber das ist ein Hells Angel. Türkei, Polizei, Harley Davidson. Das ist ja, da sehen wir auch nochmal ein Hells Angel. Das ist ja sozusagen, soweit ich weiß, eine Mafia. Oder sozusagen ein Clan, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Die sind anscheinend sehr gefährlich. Ihr seht auch hier nochmal die Polizei. Und jetzt kommt das kranke, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht. Dieser Mann hier, ich habe sogar gegoogelt extra, wie er heißt. Anscheinend ist er relativ bekannt. Der nennt sich, der nennt sich Neko Arabachi oder Necho Arabachi. Kann auch sein. Das ist sozusagen der Chef, der Big Boss von Europa, von den Hells Angel. Hells Angel gibt es nämlich überall. In Österreich, Deutschland, überall. Und den habe ich vor drei, vier Tagen gesehen. Das ist das Kranke. Ich habe ihn vor drei, vier Tagen gesehen. Ich war auf dem Weg nach Hause, war sogar mit meiner Familie. Und ich gucke so und ich sehe von Weitem einen Mercedes. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist egal. Solange ich das kenne. Ich kenne das Kennzeichen sowieso nicht. Aber es war ein Mercedes, S-Klasse, Maybach, 2000, keine Ahnung was, 500. Das war, ich habe noch nie so einen neuen Maybach gesehen, S-Klasse. Ich glaube, das war das aktuellste Modell. In so einem, okay, ich sage die Farbe lieber nicht, sonst macht er mehr Probleme oder die Leute denken. Aber es war so zweifarbig, irgendwie so zwei Farben in einem. Und ich gucke so und natürlich, das Auto war blitzeblank. Das hat geglänzt, keine Ahnung, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Man hat halt komplett die Augen drauf gehabt. Und ich war so neugierig beim Fahren. Ich bin langsam gefahren und ich wollte so reinschauen, wer fährt dieses Auto? Wer fährt diesen Mercedes, S-Klasse, Maybach, der niegelnagelneu war, der hat geglänzt wie ein Diamant. Und ich sage genau ihn. Er hat auch so ein Tattoo hier und so weiter und er ist da einfach vorbeigefahren. Es war auch eine so eine Promenade. Da waren so die ganzen Botschaften, die ganzen wichtigen Leute waren dort. Und er ist hier ganz langsam vorbeigefahren. Natürlich alle Augen waren auf dieses Auto, obwohl es kein Lamborghini oder ein Bugatti ist. Aber dieses Auto kostet auch mega, mega viel. Und ich kann sogar aus Neugier schauen, wie viel so ein Auto kostet. Es war ähnlich wie das, genau so, Digga. Genau so. Warte, ich tu mich kurz weg. Digga, das hat ausgeschaut wie eine Maschine. Wie eine Maschine. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, was das für ein Auto war. Das war krank. Genau, genau dieses Auto so ist vorbeigefahren. Und er saß da drinnen. Er saß da drinnen, der da. Ja. Genau, der. Der war drinnen. Und eines kann ich euch sagen, wenn Mois hier extra in seiner Instagram-Story, ja, extra diesen Typen hier markiert und schreibt, habe gerade mit ihm telefoniert, mit Kemal Bin Dings da, Kemal Bin Abi, kann ich euch nur eines sagen, meine lieben Sportsfreunde, der bekommt Schutz von den Hells Angels. Der bekommt Schutz von den Hells Angels. Er möchte auch damit sagen, geht mir nicht auf den Sack, macht keinen Streit oder Beef mit mir, denn er hat Connections, er hat Leute rund um sich, die anscheinend sehr gefährlich sind. Und nochmals, Freunde, ich möchte hier nicht herumlabern. Ich gehe nochmal auf, spannend, hier nochmal auf seinen Account. Guckt euch an, was dieser Kemal alles hochgeladen hat, ja. Das wurde die ganze Zeit repostet, weil es anscheinend noch von gestern ist. Das ist erst von gestern. Das wurde erst gestern hochgeladen. Leute schreiben, es ist alte Videos, kann auch sein, das ist ein altes Video, weil ich glaube nicht, dass er in dem Wetter mit kurzärmeligen T-Shirts da sind, aber man merkt da zum Beispiel, der Typ blutet, ich möchte das jetzt nicht die ganze Zeit zeigen, sonst wird das Video gesperrt, aber die Leute sehen da nicht ohne aus, ja, das sieht echt heftig aus, ja. Das ist schon krank. Macht euch ein eigenes Bild, Freunde, aber ich glaube, mit, ja, Mäus lässt sich, da nicht vieles gefallen und anscheinend hat er Connections, anscheinend kennt er Leute, keine Ahnung, was mit dem falsch ist, ja, keine Ahnung, aber, ja, ich wollte euch das unbedingt nur zeigen, das war's und dass ich komischerweise diesen Typen gesehen habe, das heißt Typen, diesen, ich habe den Namen vergessen, wie heißt der nochmal, Necho und der ist anscheinend sehr, 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 sehr gefährlich, wenn man, wenn man sich mit ihm anlegt. Ich habe auch in Wikipedia gelesen, in Wikipedia steht so ein Beitrag von ihm, ich gebe mal ein, wie er heißt, Necho, das kann ich euch übrigens zeigen, was da steht, das ist unbeschreiblich, was da steht, guckt, 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 was da steht von ihm, ich will euch nur eine Sache zeigen, nur eine Sache, diesen Absatz hier, ich lese ihn, ich lese ihn euch durch, die Haftstrafe trat er in der JVA Bochum an, hier wurden Gespräche Arabatschis belauscht, ja, Gespräche belauscht von ihm, 2003 soll er einen Killer beauftragt haben, den verantwortlichen Staatsanwalt zu ermorden, der hat im Gefängnis einen Killer beauftragt, den Anwalt zu ermorden, der ihn dazu gebracht hat, ins Gefängnis zu kommen, weil Necho Arabatschi war öfters im Gefängnis und saß auch neun Jahre am Stück und zweimal war er sogar in der Türkei in Untersuchungshaft, weil er in ganz Europa gesucht wird, das ist, also, über was reden wir, über was reden wir, ich glaube, diese Menschen, die können dir alles antun, was sie können, denen juckt nichts, wenn du dich mit denen anlegst, die bringen dich um, die bringen dich um, ganz einfach, ist schon krank, ich bin sprachlos, ich wusste das nicht, ich kenne Remo Clan, ich kenne Abuchakas, aber anscheinend gibt es auch Necho Nechati Arabatschi oder Koskun Nechati Necho, ist ein deutsch-türkischer Geschäftsmann, schwerstkrimineller und Funktionär der Hills Angels. Ja, Freunde, bildet euch eure eigene Meinung, meine lieben Freunde, ich wollte euch unbedingt dieses Video zeigen und ja, mit euch das teilen, das war es von mir, wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, ihr wisst Bescheid, Freunde, wir machen ja jedes Mal einen Abonnenten-Check auf meinem Kanal, wir haben mittlerweile, wie ihr seht, 27.081, wir steuern auf die 100 zu, wir steuern auf die 100 zu, ich hoffe, dass wir die bald knacken und dann einfach weiter marschieren. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Damen und Herren, wenn es wieder mal heißt, Egyptian ist der Illelius. Peace.